Willkommen zurück! Willkommen zurück! Wir sollten uns mal absprechen wer das macht! So war das synchron! Neuer Teil von Path of Exile Jetzt haben wir die Ene-Quest abgeschlossen Ich zum zweiten Mal Und jetzt gehen wir wieder zur Quest Die nächste Quest machen Hast du schon mit dir gesprochen? Wie kann ich denn dir was verkaufen? Zu Tussi ansprechen Nessa und dann Unzell-Items glaube ich Achso Ich geh mal schon zur Küste und warte auf dich Ein Mediziner-Test? Das bedeutet mehr Hä? Scheiße was ist denn das? Was ist denn das? Welches muss... Welches zum verkaufen gehen? Hey Oh du musst aufpassen wenn du rauskommst Hier ist ein mega Endgegner scheinbar gerade Ja die Frage ist 4 Sell-Items 4 Sell-Items Dann musst du das rüberziehen Was du verkaufen willst Und dann irgendwie Accept oder keine Ahnung Oh scheiße wer macht mich fertig hier ey Beheilig mal Na ich warte denn so lange Jaaaaa Oh Gott ey Drei Heiltränke jetzt verbraucht Und ich hab nicht mal ein Drittel abgezogen So Ich komme Wo bist du? Hier So Wo ist denn hier ein Endgegner? Ich hab dich ein bisschen verarscht Achso Ey Wo geht's denn so lang Irgendes So müssen wir noch das andere Portal finden Nett ist es da und wo Ja Irgendwo hast du recht Aber ich hätte gerne mal so eine Feuerattacke Die mich dann ein bisschen schützt hier Feuerattacke? Ja Ein Feuerring weißt du Wenn ich noch hier umrundet werde brauche ich noch eine Endlösung Oh ne die scheiß Fott Die Frau Tee Dame ist wieder da ey Wo bist denn du? Na hier oben Ich werd hier plattgemacht Das ist doch schön Ja schön Kacke ist Ey Ich brenne Oh Leidenschaft Ja Hau Gut Attacke Oh dieses Aiming Scheiben Oh okay Ich glaube er schießt ja irgendwie immer in In Sinek oder so Boah der heiß der aber jetzt halt ey Habe ich jetzt schon wieder den Stock da aufgenommen oder? Oh nicht Was denn das? Bleib erstmal bei zwei Waffen um eh mal Oh ne Flasche Oh ne Flasche Sooo Für mich gibt's ja nichts Kleiner grottenolm ey Wo? Ey Was war das denn? Also so ganz bug frei ist das noch nicht hier Ey, haben wir den Strand hier nicht gesäubert letztes Mal? Ja, da kommen immer wieder welche Und immer mehr Ach verdammt Ach verdammt Du rennst jetzt rasch dann einfach vorbei oder was? Äh Ich glaube da ist nichts mit vorbei rennen Was denn will ich die Wieso? Ne ich kämpfe da und du rennst einfach weiter Ja die drei hast du aber alleine ready gekriegt Das war nur zwei Ja siehste Wollen nicht rum Wollen nicht rum Ja, mit so ner Witsch Maschine hin Ja, da Witsch 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 Du den Bitsch Witsch Witsch Ah Witsch das sieht schick aus ok cool damit könnten wir gleich wieder zum aber hier sieht jetzt haben wir wieder zwei möglichkeiten zum laufen grafisch sieht das aber jetzt hier wesentlich besser aus finde ich dadurch dass ein bisschen heller gehalten ist ich will mal auf die schießen weil diese den holen ist mutiert wesentlich schneller geworden dann würde ich sagen jetzt noch so eine panze gehen war versuchen wir das im norden zu erwischen obwohl das könnte die haupt quest sein im norden hätte ich doch lieber gesagt nach westen aber eben quest auch noch mitnehmen ich nehme mir jeden scheiß ich hätte ich mal wieder auf der mitsch das ist ja so fix jetzt muss ich da suchen noch nicht immer in süden da hat es jetzt eigentlich tv total geguckt ihr habt am montag ja das fand ich ja mal richtig stinke scheiße der der ober großpolzieher macht das fenster auf leichte grünen alter der bespringt mich aber rumpeln tut er nicht fragt dann jetzt kommt noch mehr hier lasst uns erst mal die anderen abschlachten der wieso gleich tut ach mein meine heiltrinken sind alle deswegen kriege ich keinen nachschub ich wunder mich schon hätte ich mir mal was besorgt vom dorf noch ja hättest du hast du die wird gekauft ich habe ja noch jetzt noch zwei ja ich habe auch drei voll ich habe fast die stauben wieder noch erstmal alles wegnehmen da der hatchet das bestimmt für dich irgendetwas so was habe ich habe fünf bürgen wenn man bloß mal ein bisschen entfernt stehen um auszuschmeißen da kommen die nächsten so eine schöne kuckucksklan maske die kann ich noch nicht tragen wo das sind jetzt das sind ganz komische danke für diese wollten wir nicht irgendwie nach norden irgendwie so ane wir wollten doch schon richtig stimmt aber du bist ja auch fast wieder tote ach so danke für die empfehlung ich erst mal davor dass er mir noch einen mitgibt so was machen wir jetzt das hier ist stärke das brauchste das brauchste ich mach dir mal kritschern yes baby ey klau mir doch nicht die xp ich hab gesagt dass die klaut werden dafür stehe ich mit meinem namen schon wieder sind noch aufgesammelt mensch will ich da ja nicht das spiel eigentlich ab 18 habe ich jetzt gar nicht so aufgepasst ich will es nicht kann sein weil es ja ganz schön für den hässlichen blut hier entweder ab 18 oder für kinder ab sechs jahren ist sozusagen gewalttätig das spiel wir sind wieder lauter untote guck mal komm mal her wo ich stehe wie hast du dich doch nicht guck doch auf deine map mensch dann lass mir erst mal hier die leute killen warum ich meine xp echt mal so inhalt ach dann guck selber ey wo bist du denn da ist so ein nest hier klickt mal drauf ob das bei dir noch ganz ist oder ist das nicht ganz ne aber hier liegt und was ja nimm mal auf find the use for the strange glyph in the mudflats haben wir dir jetzt auch ein ausrufezeichen ja gut und das ist jetzt nördlich von mir das scheint wieder eine nebenquest zu sein jetzt zwei fragezeichen stehen wir nirgends ist ach das ist das nächste nest ok ich würde ich kämpfen aber also eine mini map wäre auch nicht verkehrt ich habe die per tab öfter mal laufen aber brauche ich nicht so jetzt ist die frage ähm tunisch also wir müssen scheinbar die übrigen nester noch finden zum Beispiel verstehe ah hier wo diese kleinen ah hier ist das nächste stimmt ja toll wieder die massen an zombies zombies glück hast du hier so eine skillmaschine dabei was hat der für eine skillmaschine na die wird skillmaschine ey der übertreibst dich ja auch wieder soo mit o wieder habe ich das nächste tor gefunden oder das ist lava auf jeden Fall habe ich das nächste nest was denn da exe glühst du sowohl ok hat von dem wohl ey sowohl ach da talk to talk lies for what für meine dings bummes ist das wieder am dorf oder was ja das ist wieder am dorf wollen wir da hin und dann wieder folgen kreischen machen ja gut und was ist im dorf da können wir uns unsere belohnung jetzt abholen so oh hier ist xp ja wüff bist du noch ganz am anfang sind weggelaufen hg hg kann ich hier eigentlich auf die karte klicken und der und dann xp so und denn auf die das dorf klicken alles klar warum bin ich hier im turm weil da der waypoint ist und wo krieg ich jetzt meine belohnung oben rechts also beim ausgang zur küste bei dem typen hier still alive der wälder in spieler überreicht dort leben wir schon leiner ist kann man sich das aussuchen also ich habe strange glücks ich klicke oder und ich habe kein bock nicht mehr durchzulesen Jo, jo, bist du soweit ready? Du meinst... Ich bin fertig, ja. Ich bin total fertig. Das ist total stressig, das Spiel. Ja, na klar, Alter, extrem. Gut, dann spitze, bedanke mich. Spitze, bedanke mich auch. Bis zur nächsten Folge.